Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Alive. Wir gehen auf den Server. Kurze Runde alleine. Wir waren hier in der Mine stehen geblieben. Und die machen wir jetzt auch alleine. Jonathan werde ich dann wahrscheinlich schon eine Truhe machen, irgendwie an seinem Haus da. Und dann müssen wir mal gucken, was diese Folge alles noch so geht. Das erste Mal mache ich jetzt hier Biene. Wohl immer zu gebrochen. Ich habe heute meinen PC und deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen voraus produzieren. That's right. So, hier geht's nicht weiter. Okay, nehmen wir erstmal das hier mit. Water-infused stone. Water shards. Skelett. Geldgebo, alter. Richtig nice. Das Eisen. Vielleicht kommen wir hier noch an Diamant, die Folge. Ich werde mal dem Skate 702 oder dem Elo Karsur, wenn ich Skate, ein PN schreiben. Den kennt ihr vielleicht. Weil ich jetzt mit Open Broadcaster aufnehme. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, was die Größe angeht. Bloß die Qualität irgendwie, die schwankt in den Videos. Oh, der hat Eisen fallen gelassen. Der Eisen. Eine Karotte. Was zum Teufel war das für ein Vieh? Was war das für ein Coop? Was war das für ein Coop? Was war das für ein Coop? Thorns. Das war irgend so ein Typ. Ach so, das war kein Zombie. Check. Oh, Alter. Was soll ich denn noch wegschweißen dafür? So. Da kann ich aufpassen. Da kommen sie. Boah. Die sind so schnell. Ich muss mich zurückziehen. Ja, genau. Boah. WTF. Leute. Ich weiß, es war gerade dunkel. Wo ist der Spawner? Ich muss den Spawner abbauen. Puh. Ich musste mich gerade runterziehen. Deswegen war ich schon leise. Bitte entschuldigt das. Wo sind die Scheissschwinnen? Da ist der Spawner. Boah. Oh, es leckt so. Ganz ruhig. Nicht lecken. Ganz ruhig. Das Gold. Kommen wir an den Spawner schon ran. Ich weiß, es leckt. Okay. Ah. Ich weiß, es leckt. Okay. so kommt sie lasst mich jetzt nicht im stich ich schaffe es nicht schaffe es ich muss hier raus was ein mist hier eine rüstung die hält zwar noch aber was können wir jetzt machen wir haben 14 reisen das eisenrüstung so zwei reichen da ist jetzt hier bist du wenn wir schon mal einen helfer was haben wir noch fehlt jenken gefühlte jenken ist gut so lauer drin melonsamen haben schon melonsamen geht's bloß nicht los nicht planieren leute diese spinnen klein kriegen so wieder fünf irgendwas müssen wir doch hier lassen 28 28 und da können auch noch spinnen kommen richtiger bullshit jetzt aber noch besser als gar nichts noch ein scheiß auf ein bisschen entleeren hier das kann weg das kann im holz nein schuhe können wir jeden fall noch machen da sind die schon wieder die rabauken was werfen wir jetzt hier weg für meine rote lederrüstung nicht weg haben die sporen wie die kleinen stücke sporen aufgebaut treff man hat echt richtig angst hier drin kommt schon fps zahl 11 minuten schon alter da mache ich die folge jetzt ein bisschen länger die lecker nicht so kom die lecker nicht so kom jetzt erstmal nochmal dahin zurück weil da noch gold war und gold ist wichtig was hat das ganze eisen da vorne nicht mitgenommen dafür den mist hier an stein so das war knapp auf jeden fall wir sind 700 meter von unserem haus weg die mini geht immer weiter und es leckt ich mach die musik jetzt mal aus so ohne musik jetzt weil die einfach gerade stört das gold noch und hier sind so viele rohstoffe da ist man nie wo man zugreifen soll so komm gold so ist das alter ist leck jetzt voll ja was gold gold wo viel kupfer was soll ich weghauen ich weiß es nicht nicht meine schönen leder dringsel das hier zackle alter nicht zu legen bitte danke zu essen du hast noch schöne gold dann mache ich erstmal abgang das war noch so eine giftspinne das war noch so eine giftspinne boah habt ihr das gesehen wie die angesprungen kamen ok jetzt ende hier graben wir uns hoch wir sind zwar gerade mitten unter dem wasser aber es ist mir jetzt egal wenn wir ertrinken überleben ist die hauptsache wir werden deswegen nicht ertrinken trinken wäre so ein bisschen in die richtung bauen da nein ich wusste jetzt was fehlt jetzt zubauen ey so so ähm so auf sticks verzichten so weiter gehts los da hoch wo ist festland da ist festland siehste so lange nicht nacht ist oooohh warum leckt das denn jetzt schon wieder jetzt wieder nichts ne so jetzt seht ihr wieder was kommt 16 minuten sind auf höhe 37 wir sind echt ganz schön runter gegangen das kann man ja ich weiß das ist eine das sollte man nicht nach machen also kinder zu hause wie ein glück das sei die fackel stand raus hier leute erst mal raus hier ist jetzt egal oh mein gott zwei einzeln schaffen wir es wir schaffen es ja das landen sicht so dann haben wir noch unser boot müssen auf jeden fall jetzt aufpassen noch mal hier bin ich des wahnsinns oh mein gott wo ist die sonne 400 wenn jetzt in diesem biome noch neue tiere spawn das vermisst wie weit ist unser zu hause weg home 700 meter aufpassen aufpassen doch bin ich jetzt bin ich zu essen und so eine angst glaubt ihr nicht ich bin ich auch gerade zu leise es ist schlamm hier schon der erste zombie oh bitte sind noch 150 meter wenigstens habe ich der franz an oder schützen ist ja genau da 90 meter da oben ist ein haus braucht doch nur was zu essen standbild kann wieder tut mir leid das ist ein creeper wollt ihr mich eigentlich verarschen ich habe ihn getroffen oh mein gott die frage ist es waren drei creeper eine keine feine mehr epic moment ich rufe ihn an ich rufe ihn an ich möchte mich kurz und melden wenn er dran ist so leute wir haben jemand an telefon ich bin in der aufnahme die hören sich auch gerade ich habe ein ganz großes problem ich habe kein essen mehr ich habe noch zwei herzen ich bin wieder nach hause gelaufen wollte gucken ob was man die nach nehmen kann und dann komme ich in dein haus rein ich sage dass man extra nie in meine haustür reingeht und der sterbe ich da jetzt was ist es ist unter lava was mache ich das mit holz jetzt quicksand ein halbes herz bin tot ok kriege ich die sachen jetzt noch ja klar warte ich komme schnell 620 meter ich wollte ich wollte auch in dein haus erstens weil ich die sachen wir wollten ich wollte teilen und zweitens ok ich komme kurz zu der s bis gleich ok leute ts oh mein gott gibt es nicht ein ts server so komm dann bitte jonathan er hat es auch noch gesagt wir sind hier im team wenn er gesagt ja wenn jetzt jemand in mein haus rein geht ist er einfach weg ja das ist nicht witzig bist du alleine oder ja ich habe alleine aufgenommen ok nimmst du noch auf grad ich nehme noch auf na klar ich bin nur in meine angst vom server gegangen oh god ich oh und begegne ich heute vielen creepern ey ich bin mit drei herzen habe ich erstmal einen zombie mit voller eisenrüstung bananiert bananiert die falle ist total eh fies ey und meine items bleiben die doch da und meine items bleiben die doch da dürften da bleiben ja ja so richtig ärgerlich aber so richtig ich so manchmal ist opel koste manchmal ist opel blöd irgendwas muss ich an der quali noch machen das ärgerlich ist du hast es ja auch nicht gesagt warum 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 ich mich die ganze zeit verwirrt warum ich mich die ganze zeit verwirrt weiß ich nicht echo abschwächung echo dämpfung warte mal kurz hier gab es vom micro alter jetzt er er hat sich gemütet das weg Stay einfach. Warum musst du auch jetzt in Nacht kommen und ich nicht zu essen haben? Das Eisbüro gefällt mir aber nicht zum Bauen. Holy fuck! Das ist an die Luft geflogen. Schießen. Skilette auf. Schneegolems. Wenn du das jetzt normal. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Warum muss der auch so eine Falle bauen? Spinne, die mich... Ja, genau. Jetzt wird... Oh, lecky. Mann! Oh! XT... Nimm... doch auch... auf. Boah, das ist doch nervig. Fisch. Was ist denn jetzt hier damit... Oh, Broadcaster. Entschuldigung. Oh, Mann. Ist grad richtig ätzend. Und... Es geht noch mal fragen, was er uns seine Quali macht. Weil diesmal top! Top! Und... Es geht selber zu... YouTuber von... Ja... YouTuber halt... Ich brauche zu lange zum Codieren. Ich brauche zu lange zum Codieren. Überspringe Frames. Frames. Das ist doch gut. Ja. Oh, Mann, ey. Es ist doch blöd. Ja, wenn ich zu schnell renne, dann leckt das wie Sau. Ich hab gedacht, mit Open Broadcaster ein ganz einfaches I... Alter. Alter. Ich hab ein ideales Aufnahmeprogramm gefunden. Und welches? Ein halt Open Broadcaster hab ich gedacht, aber... Welche Einstellungen anscheinend. Verstehen die, warum manche YouTuber... Nee, rendern? Dann... Wirst du schon eine gute Qualität haben. Hast du deine Sachen wieder? Nee, ich bin ja gestorben. Ich geh jetzt gerade zu deinem Haus. Ich geh jetzt gerade zu deinem Haus. Ich geh jetzt gerade zu deinem Haus. Bist du schon tot? Wie lange? Ach so! Wie lange? Ach so! Pfff... Keine Ahnung, Alter, das ist... Keine Ahnung, Alter. Ich bin schon wieder in den Treibsand, ne? Helf mir doch! Helf mir doch! Helf mir doch! Der Junge bin doch nie zu Hause! Bin immer noch vor bei dem Schiff gewesen. Kommt doch meine Hand! Ich bin grad wie ein blöder nach Hause! Spinn ich jetzt meine Sachen wieder! Hey! Was kann es hier wahr sein?! Was kann es hier wahr sein?! Oh, ich könnte ausrasten! Oh, ich könnte ausrasten! Ich bin jetzt ein Boot, Alter, ein Vollbeswasser! Alter, ein Vollbeswasser! Das war nie meine Schuld! Und... Das hast du ja schon genug gesagt! Das hab ich auch grad in der Aufnahme erzählt! Das hab ich auch grad in der Aufnahme erzählt! Ja, es sind bestimmt schon 5 Minuten! Ja, es sind bestimmt schon 5 Minuten! Okay, komm, 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 das schaffe ich! Boah, ich hab zu viel kein Stuff! Ja, fff! Fahr da mal schnell, du dummes Boot! Das ist richtig ärgerlich! Das ist richtig ärgerlich! Fahr da! Du leckst mir übelste! Junge, ich hab deine Sachen grad freigelegt, alle! Die sind auch noch da! Ja! Die sind auch noch da! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, dann... Versuch die irgendwie aufzusammeln! Ich renne! Ich bin auf dem Weg! Ich bin auf dem Weg! Boah! 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 auch dank halter wenn die tschuldigen halben stunden die tschuldigen im großblock nur ich ja du ich hab ich hab mit dem Rat das schönes Abbaue aber warum musst du eigentlich auch in so'n Schiss und das ist halt ne Falle gewesen wo sind die Sachen wo sind die Sachen äh komm unten zur Tür rein ich zeig dir wo hier hinten ja Kisten in der Ecke dürften all deine Sachen sein deine Rüstung wieder deine Rüstung ist alles da noch bitteschön ja 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 klar tun hier in die Kiste hier unten drin hab mir schon hingeworfen ich versuche jetzt mal so eine Blume wachsen ich renge jetzt nur nach Hause dann höre ich auf die Folge schon halbisch schwimmen sie lang ja die Folge muss in eine epische Rettungsoption die Folge muss in eine epische Rettungsoption ja meist jetzt raus komm fahr zu alter schieß mich schon jemand ab nein wer ist das nein wer hat er das gelät unterm baum überlebt ey das ist doch schlimm fahr einfach jetzt bitte du bursch nicht gegen ok jawohl ich würde jetzt lachen würdest du noch mal sterben ich bin auch mein Boot kaputt gegangen ich bin auch mein Boot kaputt gegangen ich bin dein Jonas kann man nicht braun sein braun sein das ist ne übelste Schlacht zwischen Monstern gewesen das ist ne übelste viele Peile rum wie spät haben wir es 16 Uhr 16 Uhr ok gehst du wieder gehst du wieder gehst du wieder mit bleiben die große über PC ist glaube ich zu sehen ich habe gar nicht verstanden ich verstehe bei dir auch nicht mehr man muss es noch 300 Blöcke laufen einfach heute ich hätte was Wettel mitgegeben wenn du wolltest es ist ich bin ja warum das zu dir gelaufen ich will auch sehen wo euer Haus ist ich gehe dann wieder tschau 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 user disconnected from your channel ok ok leute jetzt kann ich wieder reden weil jetzt äh wird mich wieder doppelt und oh ich muss echt was machen wegen den Lecks gerade immer noch 130 Meter ich werde unter den Bäumen chillen nach irgendwo Zombies immer noch da jetzt wird schon nein wo ist die Sonne wo ist die verdammte Sonne so kurz vorm Ziel ok Skelett ich habe es gesehen oh oh mein Gott oh Leute Leute was ist das für eine Folge einfach mal eine 40 Minuten Folge ich bin da heilige heilige ok hier hätte sie noch hier hätte sie noch mal so alles in Sicherheit das machen wir später so das war's jetzt von der überlängen Folge ich hoffe ich habe es trotzdem viel Spaß gemacht bis dahin tschau tschau